Musik Also ich höre daheim eigentlich immer Radiotoren, wirklich, das ist gut, nicht geschmeichelt und an einem Sonntagnachmittag letzte Woche habe ich das auch gehört und dann habe ich einfach auf die Internetseite geguckt und dann kam die spontane Idee, dass ich da jetzt mal hinschreibe. Also ich hoffe halt, dass alle ganz viel Spaß haben und ich denke, jeder von uns macht hier einen Huttenjob und ich finde es einfach cool, dass wir das gewonnen haben und uns ein bisschen da chillen können. Also ich finde, die machen das ganz gut mit der Stimmung, mit den Spielchen da, hauptsache nicht so mit Bobby K. Rennen, habe ich ja auch schon gehört, das machen wir aber nicht, aber bis jetzt ist es richtig gut und ich denke, jeder hat einen Spaß gemacht. Wir sind so viele Berufsgruppen hier im Haus, von der Praxis bis zur Physiotherapie und da gibt es, von daher ist es immer gut, wenn man mal so einen Punkt hat, wo man alle zusammenkommt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.